Der Sternenhimmel Unter optimalen Bedingungen sind es über den ganzen Himmel verteilt bis zu 6000 Fixsterne, die man mit bloßem Auge erkennen könnte. Wie viele es tatsächlich sind und wie hell diese uns erscheinen, hängt aber sehr von den Verhältnissen ab. Je klarer der Himmel ist und je weniger anderes Licht auf unser Auge fällt und je besser unsere Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, desto mehr Sterne sehen wir. Und desto deutlicher grenzen sich diese vom dunklen Hintergrund ab. Nicht alle Lichtpunkte erscheinen gleich groß oder, genauer, gleich hell. Hellere Sterne erscheinen auf Fotografien größer, sind aber geometrisch betrachtet trotzdem nur hellere Punkte am Himmel. Die Sterne werden seit langer Zeit in Helligkeitsklassen oder Größenklassen, Magnitudines, eingeteilt. Je heller ein Stern erscheint, desto kleiner ist der Zahlenwert seiner Größenklasse, auch scheinbare Helligkeit, genannt. Hier ein paar Beispiele dazu. Der hellste Fixstern am Nachthimmel ist der Sirius im Sternbild großer Hund. Sein Helligkeitswert ist sogar negativ, minus 1,45. Die schwächsten, gerade noch sichtbaren Sterne haben eine Größenklasse von etwa 6. Die Helligkeit, die ein Stern an unserem Himmel hat, sagt allein noch nichts darüber aus, wie stark der Stern tatsächlich leuchtet. Sie hängt nämlich außerdem noch von der Entfernung des Sterns ab. In dieser schematischen Darstellung sehen wir uns als Beobachter durch den blauen Punkt dargestellt. Verschiedene Sterne im Weltraum und deren Projektion auf die scheinbare Himmelskugel, also die Lichtpunkte, die wir am Himmel erkennen. Die drei Sterne B, C und D erscheinen uns mit der gleichen Helligkeit. Tatsächlich aber ist D der bei weitem am stärksten leuchtende Stern, aber eben auch der mit der größten Entfernung. Die drei Sterne E, F und G leuchten tatsächlich alle gleich stark, sind aber unterschiedlich weit von uns entfernt. Der am weitesten entfernte E erscheint nur als ganz schwach leuchtender Lichtpunkt. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Schon im Altertum fiel arabischen Astronomen auf, dass der im Sternbild Perseus stehende Stern Algol seine Helligkeit verändert. Er wurde wegen seines unerklärlichen Verhaltens auch Teufelstern genannt. Sein aus dem Arabischen stammender Name bedeutet Dämon. Nach einer griechischen Sage symbolisiert Algol das von Perseus im Kampf mit der Medusa abgeschlagene Gorgonenhaupt. Die ersten Aufzeichnungen dieser Helligkeitsänderungen gehen auf den italienischen Astronomen Montanari im 17. Jahrhundert zurück. Der Grund dafür wurde allerdings erst im 19. Jahrhundert gefunden. Die erste in Europa dokumentierte Beobachtung eines solchen Sterns stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es handelt sich um den Stern Omikron Ceti im Sternbild Walfisch. Seine Entdeckung im Jahr 1596 wird dem Theologen und Sternfreund David Fabritius zugeschrieben. Die Helligkeit schwankt periodisch in einem Zeitraum von etwa 330 Tagen. In seinem Helligkeitsminimum ist er mit bloßem Auge nicht zu erkennen, weshalb Fabritius den Stern bei einer späteren Beobachtung zunächst nicht mehr fand. Er nannte den Stern Mira, die Wunderbare. Manche Sterne verhalten sich also merkwürdig. Ihre Helligkeit ändert sich regelmäßig von Zeit zu Zeit im Vergleich zu anderen Sternen, die immer gleich hell sind. Man spricht von veränderlichen Sternen. Ein großer Teil der Sterne, die wir am Himmel sehen, sind gar keine einzelnen Sterne, sondern Sternsysteme aus zwei oder manchmal noch mehr Sternen, die durch ihre gegenseitige Anziehung aneinander gebunden sind. Ein Zweifachsternsystem, auch Doppelstern genannt, kann man sich so vorstellen. Zwei Sterne, meist ein größerer und ein kleinerer, bewegen sich auf kreisförmigen oder exzentrischen Bahnen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Planet sich um eine Sonne bewegt. Nur, der Planet ist so viel leichter als die Sonne, dass man von der Bewegung der Sonne kaum etwas merkt. Bei einem Doppelstern haben wir anstatt des Planeten einen weiteren Stern. Seine Größe und seine Masse sind vergleichbar mit dem des anderen Sterns. Beide sind ständig in Bewegung und in der Regel leuchten auch beide, nur nicht gleich stark. Doppelsterne sind für die astronomische Forschung auch deshalb sehr interessant, weil man aus der Bewegung des Doppelsternsystems auf seine Masse schließen kann. Sie verraten uns also, wie schwer sie sind. Doppelsterne erkennt man nicht mit bloßem Auge als solche, weil der Abstand zwischen den beiden Partnern sehr klein im Vergleich zum Abstand zwischen uns und ihnen ist, sehen wir das Doppelsternsystem nur als einen Lichtpunkt. Manche Doppelsterne lassen sich in Fernrohren auflösen. In diesem Fall sind die Sterne in Wirklichkeit sehr weit auseinander und die Perioden sind sehr lang. Andere Systeme lassen sich nur spektroskopisch, also durch eine genaue Untersuchung ihres Lichts erkennen. Bei einigen Doppelsternen ist es aber so, dass unser Sonnensystem und die beiden Partner des Doppelsternsystems zufällig in einer gemeinsamen Ebene liegen. Der eine Stern schiebt sich dann in regelmäßigen Zeitabständen vor bzw. hinter den anderen Stern. Immer dann, wenn ein Stern den anderen ganz oder zumindest zum Teil bedeckt, kommt bei uns als Beobachter weniger Licht an. Das heißt, der Stern erscheint uns dunkler. Ein solches Sternsystem heißt dann ein bedeckungsveränderlicher. Sehen wir uns das genauer an. Unten sehen wir ein Diagramm für den zeitlichen Verlauf der scheinbaren Helligkeit, der Magnitudo. Je heller ein Stern erscheint, desto kleiner sind die Zahlenwerte. Im Moment sind im oberen Bild beide Sterne nebeneinander zu sehen. Ihr scheinbarer Abstand ändert sich, nicht aber die scheinbare Helligkeit. Nun bewegt sich langsam der dunklere Stern vor den helleren und schirmt einen Teil des hellen Lichtes ab. Die Helligkeit des Doppelsternsystems nimmt also kurz stark ab, um danach gleich wieder ihren vollen Wert zu erreichen. Jetzt, eine halbe Umdrehung später, verschwindet der dunklere Stern hinter dem helleren. Auch dabei gibt es einen Helligkeitseinbruch, der aber nicht so stark wie vorher ist, weil das Licht hauptsächlich vom helleren der beiden Sterne kommt. Der Stern Algol, von dem wir vorher gesprochen haben, gilt als der Prototyp der bedeckungsveränderlichen Sterne. Seine scheinbare Helligkeit ändert sich mit einer Periode von 2,87 Tagen, zwischen 2,1 und 3,4 Magnituden, was auch freiäugig gut zu beobachten ist. Mit der Präzision eines Uhrwerks tritt dieses Helligkeitsminimum ein, das etwa 10 Stunden dauert. Ganz anders ist das beim Stern Mira. Er ist ein bekannter Vertreter der sogenannten Pulsationsveränderlichen. Bei pulsationsveränderlichen Sternen kommen die Helligkeitsschwankungen auf ganz andere Weise zustande. Diese Sterne haben die längste Zeit ihres Daseins schon hinter sich und entwickeln sich geradezu Riesensternen. Manche davon zittern dabei etwas und es fällt ihnen schwer, im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt, ihre Größe, ihre Helligkeit und Oberflächentemperatur schwanken. Wenn sie zum Beispiel außen etwas abkühlen, wird ihr Licht schwächer. Sie fangen an, sich zusammenzuziehen und werden kleiner. Dadurch wird aber ihr Inneres stärker zusammengedrückt und heizt sich wieder auf. Der Stern wird wieder heller und dehnt sich aus. Hier in der Animation ist die Größenänderung etwas übertrieben dargestellt. Wir sehen in zwei Diagrammen unten den Radius, also die Größe des Sterns, und oben seine Helligkeit. Der Stern wird schnell heller, am hellsten dann, wenn er sich gerade besonders schnell ausdehnt, so wie jetzt. Dann wird er langsam wieder dunkler, seine Helligkeit geht also nicht gleichmäßig mit seiner Größe einher. Diese Schwankungen können sich je nach Größe und Beschaffenheit des Sterns im Takt einiger Stunden, einiger Tage oder auch Jahre ereignen. Die Lichtkurve sieht offensichtlich ganz anders aus, als die eines bedeckungsveränderlichen Sterns. Es gibt verschiedene Typen von pulsationsveränderlichen. Delta-Zephi-Sterne, davon verschiedene Untertypen. Mira-Sterne. RR-Lyre-Sterne. Sie unterscheiden sich in ihren Periodendauern, aber auch in der Zusammensetzung ihres Lichts. Pulsationsveränderliche Sterne, vor allem die sogenannten Zepheiden, sind für die astronomische Forschung auch in der Kosmologie ein großer Glücksfall. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass für die Magnitudines, also die scheinbaren Helligkeiten von Sternen, sowohl die tatsächliche Leuchtkraft als auch ihre Entfernung eine Rolle spielt. Sehen wir also am Himmel einen hellen Lichtpunkt, kann das ein sehr stark leuchtender Stern oder auch ein durchschnittlicher, aber dafür recht naher Stern sein. Zepheiden sind ja veränderliche Sterne. Man könnte vereinfacht sagen, sie blinken am Himmel. Auch Zepheiden unterscheiden sich in ihrer mittleren Leuchtkraft. Es gibt also größere und kleinere von ihnen. Und da gibt es noch einen besonderen Zusammenhang. Je größer die mittlere Leuchtkraft eines Zepheiden ist, desto langsamer blinkt er. Warum ist das interessant? Findet man am Himmel einen schwach leuchtenden und langsam blinkenden Zepheiden, dann weiß man, dass dieser Stern in Wirklichkeit sehr leuchtstark ist. Weil er aber nur als schwacher Lichtpunkt erscheint, kann man schließen, dass er sehr weit entfernt sein muss. Astronomen können also aus der Periodendauer eines Zepheiden seine tatsächliche Leuchtkraft berechnen. Und aus dem Vergleich dieser tatsächlichen Leuchtkraft und der scheinbaren Helligkeit an unserem Himmel, kann dann die Entfernung des Zepheiden bestimmt werden. Diese Methode der Entfernungsbestimmung ist vor allem bei weiten Entfernungen interessant, bei der andere Verfahren nicht mehr funktionieren. Der Andromedanebel ist bei klarem Himmel schon mit bloßem Auge sichtbar. Im Teleskop entfaltet er seine ganze Schönheit. Erst seit dem Jahr 1924 ist es möglich, diesen Nebel im Teleskop so weit zu vergrößern, dass man einzelne Sterne darin nachweisen kann. Der Andromedanebel ist ein Sternsystem, eine Galaxie. Seine Entfernung zu uns beträgt etwa 2,5 Millionen Lichtjahre. Die Messung dieser Entfernung beruhte vor allem auf der eben beschriebenen Zepheiden-Methode. Wie findet man veränderliche Sterne? Nur wenige veränderliche Sterne sind mit bloßem Auge als solche zu erkennen. Die meisten sind insgesamt zu lichtschwach, als dass man sie ohne Teleskop beobachten könnte. Man muss genau hinschauen und immer wieder den gleichen Himmelsausschnitt zu verschiedenen Zeiten beobachten. Und man braucht Vergleichssterne, an deren Helligkeit man sich orientieren kann. Hier ein Beispiel. Das hier abgebildete Gesichtsfeld ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Sternbild Wassermann, lateinisch Aquarius. Der helle Stern etwas links von der Mitte ist der Stern SS Aquarii. Dieser Stern zeigt, wenn er im Abstand von etwa zwei Monaten beobachtet wird, deutliche Helligkeitsunterschiede, während sich die Helligkeit der Nachbarsterne kaum ändert. Er ist ein Pulsationsveränderlicher, wie der Stern Mira. Die Suche nach veränderlichen Sternen im großen Maßstab erfordert noch andere Methoden. Auf dem Bild vor uns sehen wir die Sternwarte Sonneberg. Sie wurde 1925 von Kuno Hoffmeister gegründet, der bis 1967 deren Leiter war. Kuno Hoffmeister hat sich Zeit seines Lebens der Entdeckung und Erforschung von veränderlichen Sternen gewidmet und hat dabei selbst fast 10.000 solcher Sterne entdeckt. Von Sonneberg aus wurde der Sternenhimmel in klaren Nächten systematisch mit Kameras überwacht und die Aufnahmen wurden auf lichtempfindlichen Platten abgelichtet. Diese Glasplatte zeigt wie ein Negativ die eigentlich hellen Sterne als dunkle Punkte. Um nun herauszufinden, ob auf einer Fotoplatte ein veränderlicher Stern zu sehen ist, muss eine bestimmte Himmelsregion zweimal zeitversetzt fotografiert werden. Danach werden die beiden Platten in einen sogenannten Komparator eingelegt. Das ist ein Gerät, durch das man den gleichen kleinen Himmelsausschnitt abwechselnd auf der einen und der anderen Fotoplatte betrachten kann und Unterschiede in der Helligkeit einzelner Sterne erkennen kann. Diese Vorgehensweise nennt man auch Blinken. Auf dem linken Bild sehen wir Kuno Hoffmeister bei seiner Arbeit am Sternplattenkomparator. Die Sternwarte Sonneberg verfügt über das weltweit zweitgrößte Fotoplattenarchiv. Es umfasst über 275.000 Platten, die inzwischen auch fast alle digitalisiert sind. Mehr als ein Viertel aller bekannten veränderlichen Sterne der Milchstraße wurden bisher mit Hilfe der Sonneberger Fotoplatten entdeckt. Da ab 1997 keine unbelichteten Fotoplatten mehr erhältlich waren, musste die Himmelsüberwachung auf Filmmaterial umgestellt werden. Fassen wir zusammen. Die scheinbare Helligkeit, mit der ein Stern am Himmel erscheint, ist umso größer, je stärker der Stern tatsächlich leuchtet und je näher uns der Stern ist. Diese scheinbare Helligkeit heißt auch Magnitudo und wird durch einen Zahlenwert angegeben, der umso kleiner ist, je heller der Stern erscheint. Es gibt Sterne, deren scheinbare Helligkeit sich periodisch ändert. Wir nennen solche Sterne veränderliche Sterne. Zu den veränderlichen Sternen zählen bedeckungsveränderliche Sterne und pulsationsveränderliche Sterne. Sie unterscheiden sich deutlich in den Lichtkurven, die den zeitlichen Verlauf der Helligkeit beschreiben. Bedeckungsveränderliche sind Doppel- oder Mehrfachsternsysteme, bei denen sich in regelmäßigen Zeitabständen ein Stern vor den anderen schiebt und dadurch einen Teil des Lichts, das normalerweise von diesen Sternen zu uns gelangt, abschirmt. Pulsationsveränderliche sind Sterne, deren Größe, Oberflächentemperatur und tatsächliche Leuchtkraft sich periodisch ändern. Pulsationsveränderliche Sterne sind für die Astronomie von großer Bedeutung, weil es einen Zusammenhang zwischen tatsächlicher Leuchtkraft und Periodendauer gibt. Sie können zur Entfernungsbestimmung, zum Beispiel von Galaxien, herangezogen werden.